Die Maschine Plus hat das Laufen gelernt und ist inzwischen eine vollständige Produktionsumgebung für sich allein. Ein echtes Powerhouse. Ich kenne die Maschine seit der ersten Version und es hat sich in den Jahren eine Menge getan. In diesem Video möchte ich dir meine 11 Killer Features von Maschine Plus vorstellen. Nach diesem Video wirst du dich sicher nicht mehr fragen, ob das hier die richtige Lösung für dich ist, sondern nur, wie du das für deinen Producing Workflow einsetzen kannst. Meine beiden Lieblingsfeatures findest du unter Nummer 1 und Nummer 2. Los geht's. Native Instruments hat es endlich gemacht. Das eine Feature, das ich mir schon seit der ersten Version gewünscht habe, ist da. Die Maschine Plus ist Standalone. Das bedeutet, dass du sie ohne Computer nutzen kannst. Und was könnte schöner sein, als in diesen Zeiten ungestört von Social Media und Instant Messengern Musik zu machen. Du kannst dich mit der Maschine Plus einfach an den Küchentisch oder aufs Sofa setzen und direkt loslegen. Oder du nimmst die Maschine einfach mit zu deinem besten Kumpel und kannst dort deine Beats bauen, ohne lästige Installation. Und während sich alle anderen noch mit dem aktuellen Computer-Update und seinen Problemen herumschlagen, kannst du immer noch ganz entspannt deine Musik machen. Aber es kommt noch besser. Übrigens, ich bin Charlotte und du schaust gerade De La Mar. Ich habe ja gesagt, es kommt noch besser. Du kannst Maschine Plus nämlich trotzdem mit deinem Computer nutzen. So kannst du an einem Beat im Standalone-Modus arbeiten und ihn dann auf deinem Computer weiter bearbeiten und verfeinern. Und wenn du möchtest, kannst du deine Projekte vom Computer in der Maschine Plus laden. Dafür hast du diesen SD-Kartenleser hier. Dieser neue, hybride Workflow hat's mir angetan. Das Beste aus beiden Welten. Flexibel, einfach und mit toller Klangqualität. Apropos, smash jetzt den Like-Button. Smash jetzt den Like-Button. Ein weiteres Killer-Feature sind die USB-Eingänge an der Maschine Plus. Du kannst hier ein MIDI-Keyboard oder einen weiteren Controller anschließen und diese dann zum Fernsteuern der Maschine nutzen. Besonders gut ist die Integration der hauseigenen Control-Keyboards gelungen. Aber das ist ein Thema für ein weiteres Video. Leider ist kein XLR-Eingang an der Maschine für ein Kondensatormikrofon verbaut. Aber weil du ja die USB-Anschlüsse hast, kannst du einfach ein externes Audio-Interface anschließen und dann die dortigen Eingänge nutzen. Tipptopp. Die Geräte, die du via USB anschließen möchtest, müssen allerdings Class-Compliant sein. Also ohne zusätzliche Treiber-Installation funktionieren. Okay, der Preis der Maschine Plus lässt vielleicht den einen oder anderen etwas schlucken. Aber hey, im Vergleich zur gebotenen Leistung relativiert sich das ziemlich schnell. Beim Kauf erhältst du auch eine riesige Sammlung an Sounds mit 24 GB unterschiedlicher Klänge. Enthalten sind die Maschine Factory Library und Expansion Packs wie TrueSchool oder Velvet Lounge. Außerdem kommen noch Sounds aus den virtuellen Synthesisern wie Massive, FM8, Monarch, Kontakt und Reaktor. Um es kurz zu machen, egal welche Art von Beats du machen willst. EDM, Techno, House, Hip-Hop oder R'n'B. Bei Maschine Plus findest du immer die richtigen Sounds. Was mich besonders beeindruckt hat, sind tatsächlich die Plugins, die der Hersteller auf die Maschine Plus gebracht hat. Du kannst gewaltig klingende Plugins wie Massive oder FM8 einfach über das Maschine Plus Interface bedienen. Du musst keine Plugins mehr mit der Maus am Computer bedienen, sondern kannst deine Einstellung direkt an der Maschine verändern. Und was auch richtig geil ist, du kannst deine eigenen Presets erstellen und diese dann auf die Maschine laden und bei deiner nächsten Live-Performance nutzen. Der Berliner Hersteller meinte es mit seiner Standalone-Funktionalität sehr genau. Neue Updates werden direkt auf der Maschine Plus heruntergeladen und installiert. Du musst sie nicht erst über komplizierte Wege vom Computer auf die Maschine rüberbringen. Und natürlich ist das Gerät direkt mit deinem Native Instruments Account verbunden. Kaufst du neue Expansion Packs, kannst du diese direkt auf die Maschine herunterladen und kannst dann mit ihnen neue Beats bauen. Beim Downloaden von neuen Sounds musst du nicht warten, bis die Maschine das Pack installiert hat. Du kannst einfach weiterarbeiten und so deinen nächsten Beat schon beginnen, während im Hintergrund geladen wird. Ein Killer-Feature bei der Maschine Plus ist das Sampling, aber auch das Arbeiten mit Samples an sich. Im Sampling-Modus findest du die Rekord-Funktion. Du wählst deinen Eingang, auf welche Art du aufnehmen möchtest und kannst dann gleich aufnehmen. Wie einfach das geht, zeigen wir dir in dem Video, das du am Ende verlinkt siehst. Dort hat Philipp eine Gitarre aufgenommen. Ist das Sample erst einmal in der Maschine, kannst du es mit dem Edit, Slice und Zone noch weiterhin bearbeiten. Das Editieren der Samples ist schnell gelernt und geht dann intuitiv vonstatten. Natürlich kannst du dein Sample pitchen oder an das Song-Tempo anpassen. Die Pitch-Algorithmen sorgen für eine Top-Klang-Qualität. Das ist nämlich auch ein Pluspunkt, weil es bei anderen Standalone-Samplern nicht so ist. Smash jetzt den Like-Button, wenn du mehr Dillama-Checks wie diesen sehen möchtest. Das Design der Maschine Plus ist ein Hingucker und muss erwähnt werden. Das Gerät ist aus robustem Aluminium gebaut und wirkt stabiler als seine Vorgänger. Die Drehregler sind jetzt ebenfalls aus Aluminium und lassen sich sehr präzise einstellen. Mit der Maschine Plus wollte Native Instruments ein Gerät bauen, das langlebig ist und den Strapazen des Bühnenalltags standhalten kann. Ich würde sagen, dass Native das absolut gelungen ist. Die acht Drehregler an der Maschine sind sowieso klasse für Live-Performances. Aber du kannst sie dir auch noch personalisieren und deine eigenen Makro-Einstellungen drauflegen. Du kannst beispielsweise Filter, Reverb und Delay auf Gruppen oder deinem ganzen Projekt damit steuern und epische Build-Ups und Drops live damit spielen. Oder du gestaltest deine Übergänge damit. Mit den Solo- und Mute-Knöpfen kannst du bestimmte Gruppen und Spuren ausschalten und somit den Fokus auf einen anderen Teil deines Beats lenken. Die Touch Bar ist mein persönlicher Liebling, um den Beat lebendiger zu machen und Verläufe in Pitch oder Filter vorzunehmen. Die Maschine Plus ist ein echtes Biest für Live-Performances. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es gibt nämlich so viele Möglichkeiten. Mit Funktionen wie den eben besprochenen Makro-Reglern, der Touch Bar und dem Note Repeat kannst du deine Patterns in Echtzeit neu gestalten und mit Effekten verfremden. So bekommst du einen echten Fluss in deine Performance. Wichtig für deine Live-Performances ist der Arbeitsspeicher. Dir stehen 4 GB RAM zur Verfügung. Das entspricht fast 5 Stunden Stereo-Sounds, die gespeichert und abgerufen werden können. Deine Live-Shows können also super lange laufen. Die Maschine Plus bietet übrigens eine Latenz von 8,7 Millisekunden. Damit kannst du auch deine Drums live einspielen. Und wenn du noch einen zweiten Ausgang für das Monitoring deines Live-Sets benötigst, stellst du den Kopfhörerausgang um auf Line-Out. Die Maschine Plus ist ein echtes Powerhouse für deine Live-Performance. Aber jetzt verrate ich dir noch das beste Feature an der Maschine. Das für mich beste Feature an der Maschine Plus ist ihr Workflow. Seit der ersten Version von der Maschine wird dieser schon entwickelt und optimiert. Mir geht's so. Wenn ich die Maschine Plus nutze, verfliegen wir eben drei Stunden in nur einem Blinzeln. Der Workflow macht einfach Spaß. Die wichtigsten Funktionen sind auf der Oberfläche klar zu erkennen und für etwas tiefer gehende Funktionen brauchst du maximal zwei Klicks, um sie zu erreichen. Wenn du den Workflow erstmal kennst, wirst du so schnell wie in keinem anderen Musikprogramm arbeiten können. Und das macht extrem viel Spaß und schafft enorm viel Output. Der Workflow ist klar mein Killer-Feature Nummer eins. Wenn du sehen möchtest, wie du einen geilen EDM-Drop und Build-Up machen kannst, dann klick hier. Schreib mir in die Kommentare, welches dein Lieblingsfeature ist und ob ich noch ein Feature vergessen habe. Und du weißt ja, smash den Like-Button. Mein Name ist Charlotte und wir sehen uns gleich wieder auf Delamar. Bis zum nächsten Mal.